Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Abend. Mein Name ist Lukas Fischer. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich bin ehemaliger Kunstturner. Ich hatte nicht so eine einfache Karriere. Warum nicht? Was war da? Ich habe 2010 die Diagnose Epilepsie bekommen. Ich habe mich aber entschieden weiterzumachen. Ich musste dann leider 2012 die Olympischen Spiele verpassen. Mein großer Traum, weil ich einen Anfall hatte. Und dann habe ich begonnen, mich wieder zu finden und eine neue Leidenschaft zu entwickeln. Und habe dann diese Show entwickelt aus dem Turn und dem Gesang. Du tunst und singst dabei? Genau. Trifft man denn da die Töne, wenn man so ein Salto macht? Ja, ich mache es ein bisschen so gestaffelt. Aber lassen Sie sich doch überraschen. Ja, ja. Machen wir. Okay. Okay. Applaus Okay. 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 Ich kann dasao 귀ечно an Musik For this is the end I've drowned and dreamt this moment So overdo I own damn So after where he am store Stand tall, oh face it all together It's Skyfall It's Skyfall Supertalent, seid ihr bereit? Dein Dein Hey, brother Du singst toll, du hast eine außergewöhnliche Stimme, du triffst die Töne, aber da ist viel mehr, du singst das mit Gefühl und mit Eigenständigkeit da drin und nebenbei machst du da noch die wildesten Sachen, da finde ich, das ist ein wirkliches Talent, da kann ich nur sagen, wow. Ich kann hier setzen, wirklich, ich kann hier setzen, ich kann hier setzen, 100.000 Dinge sagen, aber deine Geschichte, das beruht mir sehr und dann das, was ich auf der Bühne gemacht habe, das ist wirklich unglaublich und ich glaube, das ist das, was wir suchen. Wir suchen etwas anderes und du bist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Mensch. Ich finde auch, dass bei Lukas ist das ja so, wenn du nur Barren gemacht hättest, am Barren hätte ich dich weiter gelassen, wenn du kein Barren gemacht hättest und du hättest nur gesungen, ja, hätte ich dich weiter gelassen aufgrund deines Gesangs, ja, nur wenn du nur gesungen hättest, ich hätte dich weiter gelassen, weil mir der Gesang auch so gut gefiel und das dann so doppelt, ja, das ist ja, also, große Klasse, ja. Also jetzt muss ich meinen Senf auch mal loswerden. Moment, Moment, Moment. Ich möchte das jetzt auch loswerden, weißt du, sonst gehe ich hier nachher raus. Ich denke, du musst jetzt drücken, dann drück ich den. Warte, warte, ich gehe. Ich gehe. Wir lieben. Wir lieben. Manchmal ist der zweite Weg der bessere. Ein Rahmen zu charger, sein Wetterer geht in Erfüllung. Bei TVNOW findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei RTL.de